Heidelberger Medizinstudenten lernen Anatomie jetzt auch am virtuellen Seziertisch. Parallel zum traditionellen Präparieren von Leichen rufen die angehenden Ärzte CT-Bilder auf Monitoren direkt am Tisch auf. Dabei können sie schwer darstellbare Bereiche betrachten und sich ein dreidimensionales Bild des Körpers machen. Die Anatomie-Software dafür förderte die Klaus-Schirra-Stiftung mit 300.000 Euro. Bereits der Vorläufer des Seminars Virtuelle Anatomie ab dem Wintersemester 2007 wurde von der Stiftung gefördert und kam bei den Studierenden gut an. Der Präparationskurs schult die Orientierung im menschlichen Körper. Er steht im ersten Semester auf dem Stundenplan. Nach rund fünf Monaten unter Dozentenaufsicht präparieren die Studierenden zuletzt das Gehirn, soweit so klassisch. Doch die Universität Heidelberg geht in der Lehre auch neue Wege. Was wir jetzt seit dem Wintersemester erstmalig gemacht haben, ist, dass wir alle Körperspender, die in den Kurs gehen, komplett scan. Also wir haben einen kompletten Ganzkörperdatensatz, haben noch spezielle hochauflösende Kopfdatensätze. Und diese Datensätze stehen den Studierenden zur Arbeit am Präpariertisch zur Verfügung. Parallel zum Präparieren vergleichen die angehenden Ärzte die individuellen CT- und Röntgenbilder des Körperspenders. Außerdem machen sie sich mit verschiedenen bildgebenden Verfahren vertraut. Vorläufer war das Seminar Virtuelle Anatomie, das die Uni seit sechs Jahren anbietet. 2006, 2007, da hat sich ein enormer Wandel durchzogen in der radiologischen Bildgebung. Also sprich von der Projektionsradiografie in hochauflösende 2D-Bildgebung, CT- und 3D-Bildgebung. Wie wir hier sehr schön sehen können, das ist jetzt ein axialer Schnitt der CT-Diagnostik-Standardverfahren im Bereich der Radiologie. Dies findet sich aber dann auch wieder in der nächsten Ebene, und zwar in der dritten Dimension. Und das ist dann sozusagen der Ansatz, wo dann auch der Medizinstudent ganz anders mit den Inhalten anatomisch umgehen kann. Das ist jetzt eine Dreidimension-Darstellung eines Thorax. Sie können auch virtuell sozusagen, wir sagen dazu, präparieren, können Rippen entfernen und dann in dem Fall hier im Bereich des Mediastinum wunderschön dieser Anatomie begegnen. Präparation erfolgt ja immer von oben nach unten. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise auch der Begegnung mit anatomischen Strukturen, als wie wir es hier haben, wo Sie von allen Körperregionen aus präparieren können. Also das ist auf jeden Fall ein Mehrwert aus dem Bereich dreidimensionale CT-Bildgebung im Vergleich zur Präparation. Beides ergänzen sich und lassen sich eigentlich nicht voneinander trennen. Ein Hightech-Gerät ist auch der sogenannte Anatomage-Tisch, den Sarah Doll, die präparationstechnische Assistentin des Instituts, den angehenden Medizinern erläutert. Der Präparationstisch, der ist ja jetzt quasi hier eigentlich virtuell. Und wenn wir jetzt mal versuchen, virtuelle Schnitte anzulegen, indem wir hier den Schieberegler einfach ein bisschen weiter nach links ziehen, können wir das Gewebe wieder wegnehmen. Was wir hier jetzt noch sehen, ist, ja, was sehen wir hier eigentlich? Hat jemand eine Idee? Die Schilddrüse, dann Planulaturoidea. Schilddrüse, genau. Wir wollen jetzt mal schauen, dass wir die Karottes, also die Halsschlagadern, ein bisschen besser darstellen. Und wie die Karottes hier sich aufspaltet, das kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen besser darstellen, indem man ein Stückchen von dem virtuellen Körperspender abschneidet. Okay, dann machen wir mal hier so einen kleinen Schnitt, legen das wieder um und dann können wir hier mit dem Schieberegler ein bisschen von dem Knochen wegnehmen. Neben vorab gespeicherten und bereits aufbereiteten Darstellungen sind auch die Daten der Heidelberger Körperspender im jeweiligen Seminar abrufbar. So, das ist jetzt Tisch 2, die Rekonstruktion vom Kopf. Dann arbeiten wir uns mal auf dem Wirbel zu und durch die Wirbel muss er ja dann quasi, muss das Gefäß ja durchziehen, genau. Hier sieht man es sehr schön. Johannes Schreck, studentischer Tutor, hat gute Erfahrungen mit der Kombination aus realem Präparieren und der virtuellen Ergänzung am Monitor gemacht. Es gibt zum Beispiel Sachen, die man im Präparat wegpräparieren muss, um einfach weiter darstellen zu können, die man jetzt zum Beispiel in der virtuellen Darstellung wieder rekonstruieren kann, beziehungsweise die man temporär entfernen kann und dann wieder zurückholen kann, um sich einfach wieder die Situation darstellen zu können, wie sie vorher war. Am Präparat ist halt alles endgültig. Gerade bei Strukturen, die am Präparat schwer zu erkennen sind, wie feine Gefäße oder Nerven, hilft die dreidimensionale Darstellung. Die bisher vier Computerarbeitsstationen am Tisch sollen künftig auf 22 erweitert werden. Das macht die Anatomie in Heidelberg zum Vorreiter in Deutschland.